Guten Tag und willkommen zur nächsten Ausgabe Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Ich weiß nicht, ob ihr es beim letzten Mal gemerkt habt oder ob ich da irgendeine Anmerkung reingehauen habe, denn da müsste ich jetzt in die Zukunft blicken können. Aber beim letzten Video hatte ich ein Problem mit dem Elgato Capture. Zumindest war es so, dass die Aufnahme nicht komplett war, sondern an einer Stelle am Ende schon zu Ende einfach war und es dann gestockt hat quasi. Also das Programm zumindest wollte nicht weitergehen von der Aufnahme her. Ja, die RAW-Datei konnte ich benutzen. Die MP4-Datei, die Elgato sofort umwandelt, die war nicht zu gebrauchen, aber der Ton verzogen. Ich hoffe jetzt, dass dieses Problem nicht noch weiter auftaucht. Und ansonsten habe ich mir zumindest die Option offen gelassen, dass ich woanders gespeichert habe und diesen Part dann, den letzten Part nochmal neu aufgenommen habe. Ob ich das getan haben werde oder muss, das werdet ihr dann, ja, werdet ihr dann wissen, wenn es soweit ist, wenn es hochgeladen ist. Aber damit wollen wir uns jetzt nicht weiter auseinandersetzen. Wir gehen jetzt erstmal ins Spiel und sind da, glaube ich, in einem neuen Kapitel angekommen. Chapter 18, Lost, Lost Memories. Hat so ein bisschen was von Gintama, ne? Shinpachi, ich weiß nicht, ob ihr Gintama kennt. Der Charakter Shinpachi, der trägt eine Brille und oft wird sein ganzer Charakter nur auf die Brille beschränkt. Und das heißt, wenn der Körper die Brille verliert, ist der Körper egal. Die Brille lebt dann noch und die Brille spricht dann. Also in der Brille steckt die Seele. Er ist nur seine Brille. Das erinnert mich jetzt nur daran. Ha, sehr lustig, ich weiß. Wenn man den Anime nicht kennt, wird man die Referenz natürlich nicht verstehen. Eure Schuld. Was ist das? Hey, Kyoko-san, Yuko-chi! Was ist das? Ich habe die Möglichkeit, die Log-Daten zu verabschieden, und die Anlage der Anlage der Anlage von den Anlage verabschieden. Ich habe es gesehen! Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das ist die Anlage der Anlage des Eden-Verjons-Up-Titzen. Die Anlage des Eden ist erneut. Das ist, als ich in der ETA habe, komplett verletzt. Ich habe jetzt die Hauptbahnhof und die Hauptbahnhof in der Hauptbahnhof gelegt. Ich habe das Gefühl, dass die ETA nicht mehr als ETA nicht mehr verletzt ist. Ich habe mich nicht mehr als der Royal Knights. Ich habe mich nicht mehr als ein Aztus geholfen. Aber wir waren in Akira. Das war irgendwann mal nach einem anderen Ort. Ich habe mich nicht mehr erinnert. Ich habe mich nicht mehr geholfen. Ich habe mich nur noch nicht geholfen. Ich habe mich nicht mehr geholfen. Ich will Yuko spielen und nicht Nokia. Die wundert sich selbst. Ich bin mit vier mit zwei. Die wendeln. Ich bin mit zwei Flughafen. Ich weiß nicht, dass ich das Bild. Okay, jetzt spiele ich echt Nokia. Krass. Meine Digimon habe ich noch. Ja, genau. Nokia würde niemals so krasse Digimon bändigen können, ja? Damit das klar ist. Ähm, wie viel Memory? Okay. Habe ich eigentlich neues Memory noch bekommen? Nein, ne? 180, das heißt... Einen mit 16 könnte ich noch mitnehmen. Aber gucken wir erst mal. Hoffentlich muss ich sie nicht zu lange sprechen. Ja, ähm... Ja, wir gehen erst mal. Log into an upgraded area of Eden. Achso, wir können gar nicht groß entscheiden. Ah, okay. Hier sind wir. Ja. Ne, ne, Yuko. Hier ist es ein paar Äden-A-Ri-A-Ri-A-Ri-A-Ri-A-Ri-A-Ri-A. Einen... Ich weiß nicht, dass... Es ist nichts... Äh, nein? Es gibt all die Daten in den Bereichen, die in den Bereichen sind. Hier ist es, wahrscheinlich, der Eden zu starten. Die Erie, die in den Bereichen, die in den Bereichen, die in den Bereichen sind. Ich habe schon gesehen, dass ich in den Sprechern gesehen habe. Oh, das stimmt. Wenn du wüsstest. Okay, da sind sie. Ja, schauen wir mal. Okay, gibt es eigentlich hier mal was Neues? Cannot be used. Hätte mich jetzt auch gewundert. Aber wir können jetzt, wie gesagt, das machen, was ich machen wollte. Einen mit Memory Use 16. Ja, toll, Platinum, Melmon. Ja, dann haben wir halt Pech gehabt. Oder kann ich jemanden rausschmeißen, den ich nicht dabei haben will? Eigentlich finde ich mein Team sehr gut. Es ist sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Nein, wir bleiben dabei. Das Einzige, was wir mal machen könnten... Change Mode. So. Fighting Mode. Besser. So. Sind die Digimon eigentlich geheilt? Ja, eigentlich nicht, nein. So, Imperialdramon darf jetzt auch mal eingreifen hier in das Geschehen. Immerhin gibt es hier Kisten zu holen. Best Meat. Whoa, what's that? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ja. Das müsste dann ja jetzt effektiv sein. Ist es. Wer war denn... Ich habe jetzt nicht gelesen, wer das war. Ich, Idiot. Plesiomon. Sagt mir mal so gar nichts. Ja, wir holen uns natürlich erst mal die Items. Wenn es so was Geiles wie Best Meat hier gibt. Magna angemolten. Hm. Friendship Dx. Wie Nokia läuft. Na, als hätte er den Stock im Arsch. For Arrival Spray. Ich kann die Kamera gar nicht rauszoomen gerade. Eigentlich ne Frechheit, dass Nokia jetzt meine schönen Digimon beschmutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie wirklich so scheiße sprechen soll, wie die ganze Zeit. Das ist gerade so eher eine ernste Situation. Na, mal überlegen. Ah, das. Schau an das, Yuko. Ich bin nun mal keine Frau. Wow. Huh? Takumi? I don't know why, but we gotta get out of here. Let's go, Yuko. Let's follow pretty Takumi. Pretty Takumi? That's... That's it. I remember now. Yes, way back then. Yuko und Arata were saying that they had found something interesting. Oh, crap. What are you doing, Yuko? Oh, our prey is getting away. So. Okay. Oh, okay. Okay. So. Okay. Und dann ist es so schwer, Yuko. Okay. So. So. Also, Yuko und Arata. Also, Yuko und Arata. Aber sie sind viel zu dir. loudly ... Das ist macho... ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist das, Herr? Ich verstehe, dass das Licht ist. Aber das Licht ist das Licht! Was ist das? Was ist das, Herr? Ich weiß nicht, dass das Licht in der Richtung des Lichts sind. Es ist ein Schrocken, dass das Licht verloren ist. Es ist ein Schrocken, dass es die Vergangenheit verloren hat. Ah, Herr, Herr... Ich... 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 Ich habe es endlich zu treffen. Herr... wirklich? Ich weiß nicht, ob ich es nicht wirklich weiß. Eater wird erneut. Was ist das? Was ist das? Ich hatte 8 Jahre, in den Eden-Beta-Test. Ich bin mit Eater und verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet, und habe mich nicht mehr zurückgezogen. Aber ich habe mich nicht verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet, in einem... Ein... Ein Ort? Wenn ich mich da, kann ich dir helfen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay Wir könnten da rein, aber ich will nochmal kurz hier lang Da ist nix, okay Dann ab in den Riss Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh! Was sind diese Leute? Es gibt viele Sachen. Oh, das ist nicht so. Es ist so schön. So, so? Um, wenn man sieht es sehr schön... Oh nein... Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, will ich jetzt wieder zurück? Wenn wir bald wieder zurückkommen, dann werden die Großartige. Das war's für heute. Ich bin ein Freund. Das war's für heute. Das war's für heute. Es wäre toll, wenn die Vergangenheit für immer dauert. Wenn nur die Vergangenheit für immer dauert. Takumi? Nein, ein Eater. Wir müssen hier nicht bleiben. Wir müssen hier nicht bleiben. Wir müssen schnell weg. Wir müssen schnell weg. Woher zu gehen? Wir müssen nicht zurückkommen. Ich bin sicher, dass ich ihn nicht zurückkehren kann. Aber... Es ist okay, Yugo. Ich werde ihn verabschieden. Ich werde ihn in die Richtung. Aber... Herr, das ist kein Problem. Es ist gefährlich. Ich habe mich alle geholfen. Yugo? Entschuldigung. Das war's für heute. Ich bin all das Kost. Gehen Sie dich! Gehen Sie! Mein Entfernung! Mein Entfernung. Wie ist denn... Hü- Hü-Hü! Ich bin locker. Ich was vor ihr. Ich muss mitregen mich. laten... kieren? Let's laptops! Let's dopo! Ich bitte was, nicht los they die, meines Schrapp! Die Leute werden wir nicht dir das... Geh! 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 Geh da! Geh! Geh da! Geh da! Welches ... Ah ... O ... O ... Das erklärt auf jeden Fall Aratas Persönlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so interessieren konnte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so interessieren kann. Ich wusste, dass ich das nicht verstehe. Ich weiß nicht, dass wir uns wegen der Digitalen Welt gehalten haben, aber... Das ist das. Das ist das, was ich. Das war die Verkaufs-Geräusche. Ich habe mich daran gedacht. Ich habe mich daran erinnert, dass ich mich daran erinnert. Wenn ich mich daran erinnert, dann nicht mehr erinnert. Sie sind nicht einfach in der Digital-Welt, und die Eater zu bemerken. Na, tauchen jetzt die Royal Knights auf? ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! Was ist das? Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das was so 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 Ich werde mich mit einem Schiff verabschieden. Ich bin ein Schiff. Ich würde mich überlegen, ob ich mit einem Schiff verabschiedetze. Warte! Ich werde mich mit einem Schiff verabschieden. Entschuldigung. Das war auch dein Kampf. Das ist gut. Ich werde dich mit deinem Kampf enden. Das war's für heute. Und nochmal. Und nochmal. Und jetzt kannst du den Final Blow machen. Sehr schön. Und dann kannst du den Final Blow machen. 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 Und dann kannst du den Final Blow machen.